Okay, ich bin die Frau Bändle aus Bösingen, bin bei der Firma May von Kaufhof-Fahrtswälder-Spezialitäten, komme seit 30 Jahren her. Wir kommen Dienstag, Dommastag, am Dienstag sind wir auf Wochenmärkte in Tegerloch, in Heilbronn, wo sind wir dann auch noch, Bietigheim, ja, bei mehreren Märkten halt noch, genau. Vielen Dank.